Ja, da bin ich wieder und dann wollen wir mal die Kollegen hier angehen. Ja, das ist ja... Müssten wir ja hinkriegen. Da habe ich ihn natürlich nicht gerade hinsetzen wollen, aber egal. Sind wir mal nicht so... Autsch. Sehr schön. Sehr schön. Na, come on. Ein Schlag noch. Dankeschön. Nope. The Golds have been successful in their aerial battle. A large gold lands next to you and says, the Draconians have managed to escape on the backs of the rats. Climb on our backs and we'll go after them. You climb on the backs of the gold dragons and take off after the diminishing red shapes in the distance. You pursue the red dragons as they race away to the north east as the hours pass. You come steadily closer to the city of Körnen. From the west another gold dragon approaches. On its back is a small candle. On its back is a small candle. He shouts, hi, I'm Tesloff, Burfoot. I'm Tesloff, Burfoot. So. Und... So. Und... So. 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 Yes. Yes. Mhm. Und dann werden wir jetzt nochmal ein... Er hat nur drei Firewalls. Er hat nur drei Firewalls. Äh, zwei... Das ist echt... Wenig. Aber der muss weg. Wir brauchen einen Haste. Das hilft nix. Das hilft nix. So. So. Sind wir auch mit dem Tempel of Durgas durch. Ähm... Und werden uns jetzt... Wo gehen wir jetzt hin? Nach Körnen? Körnen. So wie's aussieht. Quittodos. Löt. Gut. I think we are getting close. The red's are starting to slow. The red dragon's head towards specks floating in the sky. The specks slowly grow until... You recognize them as flying citadels, castles ripped from the earth by archaic magick. Surrounding them are evil hordes of dragons and draconians. Ja, die guten alten fliegenden Festungen. Die sind in den Vergotten Realms allerdings mit den... Wie hießen die? Nethelweel? Untergegangen. Die konnten das, glaube ich, auch. In Krün gibt es dieses Wissen offensichtlich immer noch. Wie schön. Teslov yells, Our only chance is to use the rats as a screen and then board one of the citadels. We are easy targets in the sky. Inside, they can't all reach us. Also, it will protect that scouting unit down below. You look beneath the citadels and see a group of riders galloping madly. You draw close and the dragons drop you in the main courtyard amidst the hail of missile fire. The dragons leave to draw off some enemy. Teslov says, The main tower is just north of us. Let's go. The enemy... Gut. Gut, dann gehen wir mal nach Norden. Wo ist der Norden hier? Da ist Norden. You burst into the main tower and come face to face with Draconians. Teslov yells, I've been in a place like this before. There should be a stairway to the right. Ach, und da rennst du gleich rauf und lässt uns mit dem Kampf alleine, du Drecksack. Autsch. Na. Schöne Drachenländer weg. Share View Items Drachenlanze und wer hat noch was verloren? Du, ne? So, was hast du gesagt, wo sollen wir hin? Hm. Hmm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir da nicht lang, nicht wahr? So, dich machen wir schon mal los. So, ihr beide seid auch schon mal ausgeschaltet. Ja, natürlich nicht, bevor du mich triffst. Nö. Okay, da gehen wir nicht lang. Hab schon verstanden, Spiel. Da ist der Stereo hier, wenn du willst, go up. Jo. More Draconians arrive to block your way. Na wunderbar. Zu weit für den Tagst. Ja, hilft nix. Ach, schon wieder, das ist ja, passt ja mal wieder alles ganz hervorragend. So, du bist hin. Du bist auch hin. Sehr schön. Buff, 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 buff. Nö. Wir müssen jetzt einfach nur nach oben, ne? Sieht das richtig? Glaube ja. Buff, buff, buff. Buff. Bisher scheint das ja noch alles ziemlich easy zu sein. So dich greife ich jetzt mal nicht an. Das ist mir zu blöd. Buff. Aber wir kriegen sie ja auch von Handtot. So ist ja nicht, nicht wahr? Wer braucht schon Waffen? Oh, Draconians. Oh, neue Aufteilung. Oh Gott, Leute. Macht mich nicht schwach. Na, super. Na, ganz super. Ja, du kannst noch. Kann ich nichts gegen machen. Oh, schießt du genau durch die Tür durch, du Volldepp. Danke, sehr nett von dir. Ja. Boom, boom, boom. Na, exit, move. So. Buff, buff, buff. Nö. Können wir hier fix machen? Okay. Ja. Toll Spiel. World 6 Civilization. World 6 Civilization. Ähm, Star Wars. Ja, will ich. Boah, Draconians. Gott, ist das spannend. Also immer nur so publisch viele. So, schöne kleine Stinking Cloud. Jo. Die Drachenlenze bleibt gerne drinstecken, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. Hoorra. 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 Äh, View. Items. Ready. So, dann würde ich sagen, äh, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt, bin ich schon oben. So. You have nearly reached the top of the tower. Only a ladder leads up from here. The task says We have reached the wind captain's chamber. I can control it from here. Okay. Das würde ich sagen, versuchst du dann im nächsten Video. Bis dahin. Und kann man das dann ordentlich zeigen. Gut.